Hi, mein Name ist Jan Tepel und ich heiße Sie herzlich willkommen hier in Hamm, in Ihrem Jahr 2020 Standort. Seit 1993 baut Mercedes-Benz die makellose C-Klasse Limousine. Das markante und dynamische Design steht als Standard für das gehobene Establishment. Die atemberaubende fünfte Generation können Sie nun in unseren Häusern erleben. Die neue C-Klasse, die volumenstärkste Mercedes-Benz Baureihe der letzten zehn Jahre. Durch vergrößerte Fahrzeuggrundfläche bringt sie deutlich mehr Platz für Fahrer, Beifahrer und Vorpassagiere. Dadurch wird das Reisen spürbar komfortabler auf allen Plätzen. Durch das Zusammenspiel der präsenten Front, der Power Domes und der Linienführung haben wir auch in der C-Klasse ein sportliches Auftreten im Exterieur. Parallel zur S-Klasse haben wir auch in der neuen C-Klasse das Fahrer- sowie Zentral-Display mit allen formelfänglichen Funktionen von Mercedes Mini. Optional gibt es wie bei der S-Klasse die Multikontursitze, das Digital Light System und die Hinterlagslenkung. Auch für Familie und viel Reisende bietet die neue C-Klasse mit dem neuen T-Modell die optimale Lösung. Und mit 490 Litern Kofferraumvolumen bietet das neue T-Modell auch ausreichend Stauraum. Das war nur ein kleiner Einblick in die neue C-Klasse der Borrell 206. Wenn ihr mehr erfahren wollt, besucht uns gerne im Autohaus oder unter www.autominusenger.de. Ich freue mich auf euch. Euer Jan T.